Ich sag einfach, wer jetzt falsch gedrückt hat, muss wegen Doofheit die Sendung verlassen. Werden Sie diese 500 Euro versteuern? Nein, die werde ich nicht versteuern, weil ich sie demnächst ausgebe. Also wenn das, Moment, wenn man sein Geld rechtzeitig ausgegeben hat, muss man keine Steuern zahlen. Ihr lernt hier richtig was. Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Es ist Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Das ist scheiße. Was würden Sie mit der Million machen? Das Publikum sagen. Zu den anderen legen. Günther Jauch hier, guten Abend. Ja, Tag Günther. Jauchy. Tschüss. Tschüss. Jauchy. Das ist attract usually mit dem Am vi. Jauchy. Tschüss. Ich hab. Auftw Tamam. Tschüss. Ich hab.